Vor dem Gipfel hat er es geheißen, hier wird Theater gespielt, damit Cameron zu Hause als Held dasteht. Doch es gibt offenbar auch ganz echte Probleme. Für 20 Uhr... Ein zweiter Schwerpunkt des EU-Gipfels war die Flüchtlingspolitik. Die Staats- und Regierungschefs bekräftigten, weiter auf eine Zusammenarbeit mit der Türkei zu setzen.